Aragorns Stimme. Schauspieler Jacques Breuer gestorben. Die Filmwelt trauert um einen ihrer bemerkenswertesten Sprecher. Jacques Breuer, der als deutsche Synchronstimme von Aragorn in der berühmten Der Herr der Ringe Trilogie bekannt wurde, ist verstorben. Breuer starb am 24. September 2023 im Alter von 61 Jahren in seiner Heimatstadt Bremen. Die Nachricht von seinem Tod erschütterte sowohl seine Fans als auch die gesamte Synchronbranche. Breuer, dessen Karriere sich über mehrere Jahrzehnte erstreckte, war nicht nur für seine eindrucksvolle Stimme bekannt, sondern auch für seine vielfältigen Rollen in Film und Fernsehen. Er hatte ein besonderes Talent dafür, Charakteren Leben einzuhauchen und wurde oft für seine Fähigkeit gelobt, Emotionen und Tiefe zu vermitteln. In den letzten Wochen war er im Rahmen einer von seinen Kollegen organisierten Benefizveranstaltungen noch aktiv, bei der er sich für junge Synchronsprecher engagierte. Sein bekanntestes Werk bleibt die Synchronisation von Aragorn, gespielt von Viggo Mortensen, in den Filmen, die auf J.R.R. Tolkiens epischer Fantasy-Buchreihe basieren. Breuers Stimme verlieh der Figur eine majestätische und heroische Ausstrahlung, die das Publikum im deutschsprachigen Raum nachhaltig beeindruckte. Hier ist die Übersetzung des Textes auf Deutsch. Viele Fans der Reihe erinnerten sich daran, wie seine kraftvolle und eindringliche Stimmprägung die entscheidenden Momente des Films unvergesslich machte. In Gesprächen hat er oft betont, wie sehr ihm diese Rolle am Herzen lag und wie stolz er war, Teil eines so bedeutenden kulturellen Projektes zu sein. Sein Tod wird als großer Verlust wahrgenommen, besonders in einer Branche, in der Synchronsprecher oft im Schatten der Schauspieler stehen. Branchenexperten hoben hervor, dass Breuers Stimmqualität und sein schauspielerisches Können ihn zu einem der gefragtesten Synchronsprecher gemacht hatten. Er verdiente sich nicht nur Respekt und Anerkennung, sondern auch die Liebe seiner Zuhörer, die seine Arbeit über die Jahre hinweg geschätzt haben. Viele von ihnen trauerten um seinen Verlust und teilten in den sozialen Medien ihre Erinnerungen an die einzigartigen Kreationen, die er zum Leben erweckt hatte. Die Trauer über Breuers Tod wird durch zahlreiche Beileidsbekundungen von Kollegen, Fans und Freunden verstärkt. Diese haben nicht nur seinen bedeutenden Einfluss auf die Synchronisationskunst gewürdigt, sondern auch die Menschlichkeit und Freundlichkeit, die er in die Branche gebracht hatte. Sein unerwarteter Tod hat nicht nur eine Lücke in den Herzen seiner Zuhörer, sondern auch in der Welt des Films hinterlassen. Der Verlust Jacques Breuers wird noch lange in der Erinnerung seiner Fans und in der Synchronbranche nachklingen, wo sein Erbe als einer der großen Stimmen unserer Zeit weiterlebt. Ein eindrucksvolles Lebenswerk, das viele Generationen von Filmliebhabern erreicht hat, wird in Erinnerung bleiben. Autor Anita Farke, Dienstag, 24. September 2023